Wie würdest du einen Fisch zeichnen? In etwa so? Esmas Zeichnung sieht so aus. Na, das ist doch ein Seepferdchen. Sind das überhaupt Fische? Till sagt, es existieren sogar fliegende Fische. Haben die beiden vielleicht etwas viel Fantasie? Warten wir mal ab. In diesem Video erfährst du mehr über Fische und deren Anpassung an den Lebensraum. Fische sind die Wirbeltiere des Wassers. In Sachen Körperfunktionen, Verhalten und Erscheinungsbild sind sie perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Wiederholen wir dazu noch einmal, was wir bereits gelernt haben. Kiemen sind die Atmungsorgane der Fische und damit die wichtigste Anpassung für das Leben unter Wasser. So wie wir benötigen auch Fische Sauerstoff zum Überleben. Und diesen können sie über die Kiemen aus dem Wasser aufnehmen, ohne ständig an die Luft schwimmen zu müssen. Das Seitenlinienorgan stellt eine weitere besondere Anpassung dar. Mit den innenliegenden Sinneszellen kann der Fisch Druckschwankungen in seiner Umgebung unter Wasser wahrnehmen und somit Angreifern und Hindernissen ausweichen oder Beute aufspüren. Die meisten Fische verfügen außerdem über eine Schwimmblase. Ohne hohen Energieaufwand können sie durch Zu- oder Ablassen von Luft in diesem Hautsack auf unterschiedliche Ebenen im Wasser sinken oder steigen, ohne dafür ihre Flossen zu benutzen. Fische ohne Schwimmblase, wie beispielsweise Haie, müssen dagegen ständig in Bewegung sein, um nicht auf den Grund des Gewässers zu sinken. Auch die Körperform von Fischen ist eine geniale Anpassung an das Leben unter Wasser. Das können wir gut an deiner Zeichnung verdeutlichen. Die Körperform des Fisches erzeugt wenig Wasserwiderstand. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020